Herzlich Willkommen zum Einführungsvideo zu den Substanzen. Hier geht es heute darum, wie strukturierst du dir das ganze Thema Substanzen. Mein Name ist David Leutgeb und ich begleite dich durch den Intensivkurs. Das ist jetzt das Einführungsvideo, wo es darum geht, wie strukturieren wir das Thema, wie du allgemein das Thema lernst, gibt es im allgemeinen Einführungsvideo zum Intensivkurs eine Struktur, eine Idee, wie kannst du vorgehen. Im Webinar machen wir dann gemeinsam diese Zusammenfassungen, von denen wir immer sprechen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an und schauen uns an, wie strukturieren wir uns das Thema Substanzen. Also, an sich schaue ich mir erstmal das ganze Thema Abhängigkeit an. Also, was ist Abhängigkeit überhaupt, welche Kriterien gibt es dafür, welche Krankheitsbilder, also wir müssen abgrenzen die Abhängigkeit mit den Bedingungen dafür und den schädlichen Gebrauch und dann das ganze Thema Therapie in den vier Phasen, wie die Therapie von Suchterkrankungen abläuft. Dann schauen wir uns den Alkohol genauer an, da würde ich folgende Unterthemen empfehlen. Also erstmal eine ganz allgemeine Beschreibung, dann die Rauschzustände, da vor allem natürlich diese besonderen Rauschzustände kurz skizzieren, dann die Suchtentwicklung, wie entsteht die Sucht und dann die Typen nach Jelinek, die immer wieder noch gefragt werden und was sind die Komplikationen, die Folgen von Alkoholismus, die Gefährdungen. Die Folgeerkrankungen, die psychischen, da würde ich eine extra Übersicht dazu machen, weil das sind ja ein paar, also da gehört dazu die Wernicke-Enzephalopathie, eine sehr gefährliche Psychose, die Alkoholhalluzinose und das Korsakoff-Syndrom, der Eifersuchtswahn und als letzter Punkt das Delir. Das würde ich jetzt aber nicht extra nochmal angehen, weil das wir in der F0 ja schon bearbeitet haben. Ja, dann wie strukturieren wir uns das ganze Thema Drogen und Medikamente? Ich würde die Benzodiazepine sozusagen mal als eigene Gruppe machen, die werden viel gefragt, beschreiben, Wirkung, dann die ganze Wirkung als Medikament und den Einsatz als Medikament würde ich da ehrlich gesagt mit reinmachen, weil sonst machst du das Thema doppelt, einmal bei Substanzen und einmal bei Medikamente. Mach es jetzt gleich ganz, nimm dir die Fakten mit rein, dann hast du es komplett. Nachher noch besondere Merkmale, der Entzug ist wichtig, die Gefährdungen und die Therapie haben wir ja schon allgemein bei den Abhängigkeitserkrankungen gemacht. Die Drogen würde ich mir unterteilen in die harten Drogen mit Kokain und Opioiden und in die Party-Drogen, die dann sozusagen noch übrig bleiben, das sind dann eben die Amphetamine, Halluzinogene und das Cannabis. Und die Drogen würde ich mir, da würde ich mir auch einfach so grundsätzlich die Struktur überlegen, was musst du beschreiben. Also du brauchst die Abhängigkeit, ist es physisch oder psychisch, wie ist die Toleranzentwicklung, dann die Wirkung der Substanz, die Gefahren, wie ist der Entzug und welche Vertreter haben wir bei den jeweiligen Substanzen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende von der Struktur. Wir sind jetzt schon im zweiten Schritt, F1-Abhängigkeit und im nächsten Thema wird es dann um die Schizophrenie gehen und damit haben wir unser systematisches Vorgehen bis zur Prüfung im März. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen, alles Gute und wir sehen uns dann im Webinar. Ciao!